Und wenn die Erste das nicht sofort auslöst, schalte ich den Alarm auf rot, vielleicht werden nur dann die Fallen ausgelöst. Komm schon. Ah, jetzt wird sie verwirrt. Äh, ich nehme mal von der den Tag weg. So. Hm, die scheinen auf irgendwas zu warten. Ah, okay, von der kommt auch der Tag weg. Die sollen schließlich hier bleiben zu Testzwecken. Na komm. Währenddessen bauen unsere Jungs hier fleißig weiter und verdienen wir schon Geld. Jo, 8 Stück. 3.260 Sekunden, sehr schön. Ah. Die wollen jetzt doch durch die Vierertür durch. Und gehen wieder weg. Erst zur Hölle, die Tür ist da offen. Warum geht ihr nicht... Ihr seid komisch. Na gut, wir machen die Tür wieder auf. Eins. Oh, jetzt aber. Stopp, 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 stopp. Vier. Ja, lass das da ruhig liegen. Ist mir egal. Du willst... Wo willst du hin? Du willst nicht zu einer Einer-Tür. Du willst zu einer Dreier-Tür. Komm schon. Du willst zu der Dreier-Tür. Du willst zu der Dreier-Tür. Ich werde dir meine Fallen ausprobieren, verdammt. Ja, genau. Überprüf deine Tür. Sehr schön. Wir lassen dich auch alle in Ruhe. Nein. Du willst nicht durch die Einer-Tür. Komm schon. Wenn das so weitergeht, bastel ich echt alle Fallen hier hin. Oder ich reiße die ganze Kaserne einmal ab und baue sie neu auf. Nur mit dem Unterschied, dass entweder da oder da keine Tür mehr ist. Was ich ganz schön albern finde und tierisch teuer. Also entweder müssen wir die ganzen Sachen von Hand irgendwo anders hinschaffen. Oder neu kaufen. Wahrscheinlich eher ersteres. Komm schon. 16.000 auf der Weltkarte, was Neues. Nö. Wir müssen uns auch auf Zweierstufe runterstellen, damit er durchgeht. Man, no. Wo ist Cain so lange? Nur für den Fall, dass da irgendwas schief läuft. Der ist relativ nah dran. Stell ich mir jetzt ja die Tür dar. Zweierstufe. Zweierstufe. Ne, wir müssen jetzt da reingucken. Okay. Also Dreierstufe sind für Erbärmliche mit der Fleisch zu hoch. Was machst du jetzt? Gehst du jetzt weg, weil du nichts gefunden hast? Oh. Okay. So können wir die also auch loswerden. Einfach die Türen hoch genug stellen. Komisch, komisch. Na gut. Karte. Karte sagt alles. Okay. Wollen wir das denn mit den Spinden jetzt mal machen? Einfach alle woanders hinstellen. Oder wir können auch irgendwo anders eine Kaserne bauen, alle Sachen umstellen und dann hier später was anderes hin tun. Hm. Na gut. Zuallererst verschiebe ich mal die Giftgasfalle dahin. Dann bewege ich diese Sensorplatte dahin. Und hier hatten wir auch noch irgendwo eine Sensorplatte. Irgendwo. Da ist noch eine. Genau. Bewegen. Dahin. So. Die verbinden wir dann gleich mal. Dann gucken wir, wer das alles auslöst. Also ob das auch die Touristen auslösen oder nur die Agenten. Und dann bräuchten wir eigentlich noch eine Platte für hier. Auch wenn das Ding scheinbar niemals ausgelöst werden wird. Ne. Haben keine mehr. Wird einfach eine neue gebaut. Zack. Falle. Kontaktlinse. Dahin. So. Kommt schon. Baut auf. Stopp, stopp. Ach, die hängt schon. Sehr gut. Und sie wurde. Ach, du Gute Güte. Die Verbindung bleiben bestehen. Egal, ob man sie bewegt oder nicht. Heb mal die Verbindung auf. Und die hier unten ist auch noch. Ah. Du. Mach mal alles aus. Du. Mach mal alles aus. Sehr gut. Also du verbindest dich mit dem. Und du verbindest dich mit dem. Und das war es dann auch schon. Sehr gut. Also theoretisch müsste jetzt jeder, der auf diese Platte hier rauftritt, der nicht zu uns gehört, die Giftkastase alle da auslösen. Gucken wir mal. Wenn die dann hier durchlaufen und nicht durch die Kaserne abkürzen. Dafür machen wir die Tür einfach mal auf 4. Mann, Mann, Mann. Hätte ich das alles vorher gewusst. Na gut. Ach ja, mein Plan war. Oh, oh. Zack. 5 Tote. 1, 2, 3 weg. Rechte Maustaste. Stopp. Und die verschieben wir einfach hier hin. 1, 2, 3. Ist zwar nicht viel, aber wenigstens etwas. Und ich habe gesehen, dass sie abgeschossen wurden, dadurch, dass es hier so geblinkt hat, mit einer 5 drin. Die Zahl gibt wohl an, wie viele Leute gestorben sind. Ihr löst nicht aus. Sehr gut. Kane löst wahrscheinlich auch nicht aus. Nö. Also, Geld. Wir haben 26.000. Heißt, wir könnten jetzt irgendwo eine große neue Kaserne bauen. Sagen wir mal hier. Oder am besten auf der anderen Seite. Da ist noch mehr Platz. Speisesaal, Kaserne. So. Richtig schön. Nee. Groß. Also, wir brauchen noch eine Handvoll Betten. Die können dann hier hin. 4 und vielleicht da nochmal ein paar hin. So. Und dann haben wir hier Doppelreihen von Spinden. Also, 2 hier. Da Begeber. 2 hier. Ich hasse es. So. So ist besser. So ist viel besser. Also, ja. Hier dann die Doppelreihen-Spinde. 15.000. Das ist eine Menge. Aber was soll's. Wird gebaut. Und der ist auch hinter diesem komischen Abzweigedingens. Falls das irgendwie wichtig sein könnte. Oh. Warum ist da ein Leichensack? Nein. Ich glaube, die Falle hat funktioniert. Ich habe es nicht mitbekommen. Es ist schon mal schön, dass die Falle funktioniert. Aber ich hätte das echt gerne mitbekommen. Muss ich jetzt hier lauern, bis einer kommt. Es ist hier gar keine roten Punkte auf der Karte. Also, nö. Das bringt nichts. Schade, schade. Aber ja. Sobald das hier gesprengt ist, fangen wir sofort an. Die rüber zu ziehen. Oder gleich neue zu kaufen. Wir haben hier eh gerade Spinde gekauft. Haben wir jetzt nicht ein höheres Maximum? Ja. 32, sehr schön. Das wird gleich voll ausgereizt. Ähm. Wie jetzt? Okay. So. Sehr schön. Also, ja. Wir bauen einfach unten erstmal ein paar neue Spinde. Damit wir nicht kurzfristig irgendwie zu wenig Spinde haben pro Bediensteten. Vielleicht hauen die dann plötzlich ab oder so. Das wollen wir ja nicht. Aber ja. Sehr schön, dass die Falle funktioniert. Wenn sie dann funktioniert hat. Und warum habe ich sie vorhin nicht gesehen? War ich zu nah dran? Nö. Oh, gut. Mir geht es gleich viel besser. Ich weiß, meine Todesweilen funktionieren. Da müsste demnächst gesprengt werden. Und immer noch kein Ermittler. Ja, okay. Karte. Karte sagt, wir haben da drei Leute. Die bleiben auch erstmal alleine. Denn wir haben noch ein wenig Puffer. Die Spinde kostet ja nicht so viel. Ihr seid alle fleißig am Arbeiten. Und auch die Techniker sitzen an den Pulten. Da kann wahrscheinlich jeder ran. Wir haben viel zu viele von den Bänken. Zumal wir die auch gar nicht wirklich ausnutzen. Ich gucke ja meistens auf die Karte. Suche mir ein, zwei Länder raus. Und ich weiß jetzt ja, welche das sind. Ich denke nicht, dass die Zahlen sich da großartig verändern werden. Also ja, ich merke mir einfach, Mittelamerika und hier oben sind die guten Länder. Da kommt jemand mit dem Verwirren-Tag. Die wollen wir aber eigentlich gar nicht mehr angreifen. Und da kommt der Sprengstoff. Sehr schön. Das Hotel wird noch eine ganze Weile warten müssen. Oh, ein Ermittler. Erbärmliche Alibi-Bündner da. Sehr schön. Komm doch mal, meine Todesfalle. Dann kann ich auch gleich gucken, wie viel Geld das bringt. Oder haben wir vielleicht aus Versehen einen von unseren Leuten umgebracht. Das wäre natürlich nicht so schön. Und wir müssen noch die zweite hier verbinden. Also dich verbinden wir damit und dich verbinden wir damit. Ja, wenn man es einmal raus hat, scheint es ganz einfach zu sein. Und Kane ist unser Türsteher. Sehr schön. Also, wurde es inzwischen gesprengt? Nein. Mal mit dem Sprengstoff. Das mal mit dem Sprengstoff. Und. Klick. 3, 2, 1. 0,5. 0,25. Also. Jetzt können wir jetzt noch kurz die Planen drüber und dann können wir da loslegen. Die gehen da sogar rein und arbeiten. Okay. Aber nur ganz kurz anscheinend. Sauber. Also, wir hätten gerne Spind. und nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. Nach unten. So. Sind wir eben 10.000 Dollar. Aber ich denke, das wird sich rentieren. Sogar recht schnell. Eins von den Betten können wir auch schon mal runterbringen. Die werden gerade nicht gebraucht. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Na komm. Bewegen wir gleich zwei. So. Auftrag, das Objekt zu bewegen bestätigt. Einer Raum, den wir auch noch demnächst bauen sollten, ist der Aufenthaltsraum. Damit die Leute nicht allzu häufig umkippen. Und der Ermittler kommt näher. Ja, komm schon. Komm in die Todesfalle. Ich will endlich sehen, dass das funktioniert. Musst du dafür vielleicht auch einen Tag haben? Nee. Weiß ich nicht. Oh oh. Da hat gerade jemand ausgelöst. Und das war keiner von unseren Leuten. Und dann nochmal. Warum zur Hölle macht ihr das? Moment mal. Jetzt kann ich die Fallen wieder nicht sehen. Vielleicht werden die gerade aufgeladen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand rausläuft, werden die Fallen ausgelöst. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich sind sie dann gerade nicht aktiv, wenn die Agenten hier reinlaufen. Das heißt, wir müssen das echt mit so einem Korridor lösen. Also mit so einem Todeskorridor hier. Und dann irgendwie die Agenten da reinschleusen. Und keiner läuft da rein. Die Druckplatten lösen das aus. Ah, doch jetzt. Zack. Tor ist tot. Ja, 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 ja. Genau. Also sie funktionieren schon mal. Nicht so wie geplant, aber sie funktionieren. Ich teste mal was. Ich nehme die Druckplatten da mal weg. Und baue die irgendwo hin. Sagen wir mal da. Den packen wir auch weg. Und dann gucke ich mal, ob die Gasfallen auch so auslösen. Das wäre ja auch ganz schick zu wissen. Dann können wir uns die Sensorplatten nämlich sparen. Und wir produzieren echt eine Menge an Leichensäcken dadurch. Echt nur eine Frage, bis unsere Leute daran auch sterben, wie er zum Beispiel. Oh ne, er kommt noch weg. Ja, ja. Oh, die Spinde kommen alle. Sehr schön. Können wir gleich viel mehr. Zack, 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 zack. Zack, zack. Achtung, so viele Bedienstete können nicht untergebracht werden. Sehr schön. Was sagt das Ausland? Das Ausland sagt, soweit alles ruhig. Schicken wir nochmal einen vierten da hin. Und hier ist auch wieder ruhig. Und hier auch nochmal vier hin. Hoffentlich erregen wir mit so kleineren Zahlen nicht so schnell Aufmerksamkeit. Und ein paar von den Spinden bewege ich jetzt auch schon mal. So. So.